Unpackaging, nenne ich es jetzt einfach mal. Liebe Freunde des geflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu einem neuen Unpackaging, nenne ich es jetzt einfach mal. Und zwar habe ich hier ein kleines Päckchen aus Amerika, aber diesmal weiß ich, was es ist. Es ist eigentlich kein Spiel, sondern eher ein Zuhörer. Denn ich habe es mir nun gegönnt, etwas bei BoardGameGeek zu bestellen, und zwar Bowls. Was ist das extra verpackt? Egal. Ja, kommen wir rein. Ja, das war's. Ja, das sind nämlich diese Token Bowls. Gleich mal reinschauen. Und ich habe alle Farben genommen, weil ein bisschen Abwechslung ist natürlich immer gut. Und das rentiert sich natürlich auch, wenn man sich nur eins her schickt, auch wegen Versandkosten. Hat jetzt 23 Tage gedauert, bis es hier war. Lag natürlich, wer hätte es gedacht, beim Zoll noch eine Weile rum. Das sind solche, keine Druckknöpfe. Das finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Aber lässt sich doch relativ gut zusammenbauen, muss ich sagen. So, dann haben wir ein Bowl. Ja, das ist ungefähr so groß wie meine Hand. Ja, wir machen jetzt mal, machen wir hier Würfel rein. So, ja, schön. Cool aus. Da haben wir jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn Farben, glaube ich, drin. Ja, cool. Freue mich drauf, da endlich meine, meine Waren, meine Tokens, meine Plättchen und was weiß ich nicht alles, in diese hübschen Schälchen reinzumachen. Ja, dann würde ich sagen, schreibt Kommentare, ob ihr sowas cool findet, ob ihr sowas auch gern haben möchtet oder sowas vielleicht sogar schon habt. Und wenn ihr noch kein Abo habt, lasst gerne eins da. Wir würden uns natürlich freuen und sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bye, bye.